Schön, dass ihr da eingeschaltet habt bei Monaco Deluxe bei einem Special Follow Me Around und heute zeige ich euch sozusagen die Randstadt von München, nämlich Italien. Und neben mir sitzt Sabine von Alpini. So, erste Pause ist angesagt. Wir machen jetzt einen kurzen Stop, natürlich Vignette kaufen und Mount, vielleicht was kleines Frühstücken und dann fahren wir auch gleich wieder weiter. So, jetzt nach sieben Stunden Fahrt sind wir in Milano Maritima angekommen im Hotel Adria. Hey Leute, jetzt sind wir am Strand hier, wunderschönes Wetter und es ist der Hammer, es ist echt nicht mehr viel los und ich muss sagen, ich genieße es richtig. Schaut mal selbst. So, ja, jetzt gehe ich erstmal zum Strand. Mit dem Hund natürlich, wobei man aber sagen muss, normalerweise ist das Bagno, wo ich jetzt mit dem Hotel liegen habe, keine Hunde erlaubt. Aber wir haben das im Vorfeld abgeklärt und aus Grund der Nachsaison ist es kein Problem. Bin mal gespannt, ob überhaupt noch was los ist. Es ist der Hammer. Alleine am Beach. Leute, guckt euch das an. Ja, das war das Follow-me-around Video von mir in Milano Maritima. Echt krass. Ja, das war das Follow-me-around Video von mir in Milano Maritima. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wart ihr auch schon mal da, vielleicht sogar auch im Hotel Adria. Schreibt mir es in die Kommentare und wenn ihr mehr vom Hotel sehen möchtet, habe ich euch in Infobox das Video verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.